Kapitel 1 Der Himmel sieht aus, als ob es bald schneien würde. Das Wort Victualie ist ein altes Wort für Lebensmittel. Tja, und hier kann man fast alles kaufen, was man zum Leben braucht, erklärt Georg. Als er sich zu seinem Publikum umdreht, muss er lachen. Da steht sein neuer Kollege Karl Knutzen, die Schultern bis zu den Ohren hochgezogen und seine kleine zierliche Freundin Paola aus Italien mit einer dicken Mütze auf dem Kopf und einem Schal um den Hals. Eine Stadtbesichtigung ist heute keine gute Idee, oder? Gibt es hier in der Nähe vielleicht ein Wirtshaus? fragt Karl mit leuchtenden Augen. Mensch, Karl, ruft Paola lachend. Der Markt ist so wunderschön. Ich muss unbedingt noch ein paar Fotos machen. Sie läuft los. Karl rollt mit den Augen und zieht seine Schultern noch ein bisschen höher. Er friert sehr. Die beiden Männer gehen hinter Paola her. Georg, was sind das für Brunnen hier? fragt sie neugierig. Das sind kleine Gedenkbrunnen. Paola macht Fotos von den Figuren, die oben auf den sechs Brunnen stehen. Wer ist denn das? fragt sie nach hinten über die Schulter. Das sind wichtige Personen aus München, erklärt Georg. Das da ist zum Beispiel der Komiker Karl Valentin. Und die Frau dort drüben? Georg und Paola gehen weiter. Karl hört nicht mehr zu und bleibt stehen. Ihm ist kalt. Er stellt sich unter das Dach eines Marktstandes. Endlich kein Wind mehr, denkt er. Paola macht ein Foto nach dem anderen. Seit wann gibt es diesen Markt eigentlich? fragt sie Georg. Seit dem 19. Jahrhundert. Und hier sollte das Einkaufen auch gemütlich sein. So baute man die Brunnen, pflanzte Bäume und stellte Bänke und Tische auf. Wer hier einkaufte oder arbeitete, konnte dort auch seine Brotzeit machen. Brotzeit? Was bedeutet das denn? Paola nimmt die Kamera herunter und dreht sich zu Georg um. Hm, das ist bei uns eine Zwischenmahlzeit mit... Ah, probier sie am besten einfach selbst. Ja, gute Idee. Das ist sicher auch etwas für... Sag mal, wo ist Karl eigentlich? Bitteschön. Karl erschrickt, als er die laute Stimme hinter sich hört. Er dreht sich schnell um und schaut direkt in das runde Gesicht einer Marktfrau. Ich... Wollte nur... Wenn's nur rumstehen wollen, dann gehen's wenigstens auf Zeiten. Karl schaut die Marktfrau mit großen Augen an. Er versteht kein Wort. Auf einmal sind Georg und Paola neben ihm. Warst schon, ruft Georg der Frau zu. Aber sie redet schon mit einem anderen Kunden und hört ihn nicht. Jetzt lasst uns endlich in ein Wirtshaus gehen, meint Karl etwas genervt. Geht schon mal vor. Ich mache schnell noch ein Foto. Paola ist mit zwei, drei Schritten schon wieder zwischen den Marktständen. Plötzlich sieht sie eine alte Frau. Sie trägt ein grünes Kopftuch und einen dicken grünen Mantel. Unter dem Mantel schauen viele bunte Röcke hervor. Um die Frau herum stehen große Körbe, in denen kleine Tütchen mit bunten Kräutern liegen. Paola bleibt fasziniert stehen. Man könnte glauben, die Marktfrau kommt noch aus dem 19. Jahrhundert, denkt sie. Darf ich sie fotografieren? ruft sie der Frau zu. Sie sieht Paola etwas erschrocken an. Nein, vielleicht ein anderes Mal. Heute ist es zu kalt, antwortet sie leise mit einer hohen Stimme. Wie alt sie wohl ist? 65? 70? Oder? Irgendwie sieht sie sehr traurig aus, überlegt Paola und geht zu der alten Kräuterfrau hin. Ich hätte gern eine Tüte Oregano. Und haben Sie auch Kräuter für Buschetta? Das ist... Ja, ich weiß, das ist Brot mit Tomaten und Kräutern obendrauf. Das isst man in... Bei uns in Italien. Paola unterbricht die Frau und lacht. Sind Sie zu Besuch hier in München? fragt die Kräuterfrau. Ja, ich besuche meinen Freund. Er wohnt seit zwei Monaten hier. Die alte Frau überlegt. Hm, da habe ich vielleicht noch etwas für Sie. Das ist eine ganz besondere Kräutermischung. Original bayerisch. Möchten Sie probieren? Sie holt eine kleine Tüte ohne Etikett aus der Tasche ihres Mantels. Was ist denn da drin? fragt Paola und runzelt die Stirn. Oh, Kräuter hier aus der Region. Manche wirken wie Medizin, antwortet die Frau. Paola ist neugierig. Ob Karl diese bayerischen Kräuter wohl kennt? Überlegt sie. Paola, komm endlich! ruft Karl. Georg und Karl stehen auf der anderen Seite des Viktualienmarktes und winken. Gut, ich probiere die Kräuter. Wie viel macht das? Die alte Frau strahlt. Das macht 35 Euro. Was? 35 Euro für ein Päckchen Oregano, Bruschetta-Gewürz und ihre bayerischen Kräuter? Das ist aber sehr teuer, ruft Paola. Ja, diese bayerischen Kräuter sind etwas ganz Besonderes. Die Pflanzen sind sehr selten und gute Qualität hat eben ihren Preis. Aber wenn sie nicht wollen, sagt die alte Frau mit fester Stimme. Schon okay. Ich nehme die Kräuter. Hoffentlich sind sie auch so gut, wie sie sagen. Paola nimmt das Geld aus ihrem Portemonnaie. Ganz bestimmt. Und die Kräuter sind sehr stark. Sie brauchen immer nur wenig davon zu nehmen. Neben Paola steht schon ein anderer Kunde und wartet. Es ist ein alter Mann mit grauen, lockigen Haaren. Paola, jetzt komm, ruft Karl. Paola, jetzt komm, ruft Karl. Vielen Dank.